Bekomme ich den geringen oder den vollen Abschlag, wenn ich vor dem abschlagsfreien Beginn mit 63 in Rente gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Hallo Herr Knöppel, ich verfolge Ihre Beiträge regelmäßig. Auch ich habe eine Frage, die mir so keiner richtig beantworten kann. Ich habe schon über 45 Arbeitsjahre und werde im Dezember 2022 63 Jahre alt. Ohne Abzüge müsste ich noch 14 Monate länger arbeiten. Werden mir nur die 14 Kalendermonate als Abzug berechnet oder wenn ich mit 63 in Rente gehe, dann tatsächlich die 12 Prozent, also für 40 Kalendermonate. Sie wollen mit Vollendung des 63. Lebensjahres im Dezember oder 2022 oder je nachdem, wann Sie im Dezember das 63. Lebensjahr vollenden, dann im Januar 2023 in Rente gehen. Sie haben aber jetzt schon die 45 Jahre Wartezeit erreicht. Und jetzt denken Sie, dass Sie nur die 14 Kalendermonate bis zum abschlagsfreien Beginn als Abschlag in der Rente berechnet kommen, also 14 Kalendermonate pro Monat 0,3 Prozent Abschlag ergibt dann 4,2 Prozent Abschlag. Oder sind es vielleicht doch wirklich 12 Prozent? Ich befürchte, Sie werden die 12 Prozent Packung an Abschlag erhalten. Sie werden nach Sachverhaltsschilderungen die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Deren Beginn gibt es frühestmöglich oder mit dem regulären Beginn frühestmöglich mit Vollendung des 63. Lebensjahres oder regulär mit Vollendung des Monats, indem Sie Ihr Lebensalter für die Regelaltersgrenze erreichen. Also es gibt für die Altersrente, für langjährig Versicherte, die mit den 35 Jahren Wartezeit de facto zwei Varianten, in dessen Rahmen Sie dann diese Rente mit einem bestimmten Lebensalter in Anspruch nehmen können. Daher richtet sich die Höhe des Abschlags genau nach dem Zeitraum, in dem Sie erstmals die Altersrente beanspruchen und dem Ende des Monats, indem Sie die Regelaltersgrenze erreichen. Wenn Sie also mit Vollendung des 63. Lebensjahres in diese Rente gehen, werden Sie dann bezogen auf die Regelaltersgrenze genau 40 Kalendermonate früher in Rente gehen. Und für diese 40 Kalendermonate früher in Rente gehen, bekommen Sie pro Monat 0,3 Prozent Abschlag, macht 40 Kalendermonate mal 0,3 genau 12 Prozent. Die gesetzliche Regelung hierzu finden Sie in § 77 Absatz 2 Ziffer 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Damit gilt für Sie nicht die Berechnung des Abschlags nur für 14 Kalendermonate, sondern für die volle Zeit ab dem 63. Lebensjahr bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze. Also in Ihrem Fall 40 Kalendermonate früher. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.